Ja, super. Und ich freue mich ganz doll, dass wir Kalendertürchen Nummer 19, das heißt, das ist kein Kalendertürchen gewesen, das ist schon eine große Kalendertür gewesen oder ein Kalendertour gewesen. Wir hatten da richtig gegengedonnert eben. Du hast da mitgemacht, stimmt? Das habe ich mir gedacht. Und ich habe mich gefreut, oder freue mich jetzt riesig, dass so viele artige Kinder gekommen sind. Wo ist das? Ich denke mal, jetzt gibt es einen kräftigen Applaus für alle Kinder. Streckt euch mal richtig an. Ich bin aber nicht alleine gekommen. Ich bin von ganz weit her gekommen. Kennt ihr Halberstadt? Ja. Ganz weit. Das ist gerade mal um die Ecke. Dreimal habe ich mich verfahren und viermal verflogen. Dann bin ich hier gelandet. Apropos Fliegen. Ich habe noch Freunde mitgebracht. Riegel. Riegel, Papageien habe ich mitgebracht. Aber im Moment sehe ich noch keine einzigen hier. Hallo. Hallo, Papagei. Hallo. Moment, hat sich hier schon einer versteckt? Papa. Hallo. Guten Abend, Apollo. Guten Abend, Apollo. Hallo. Na herrlich, der macht sich ein Schick extra für euch. Und möchte euch jetzt eine große Freude bereichen mit der lustigen Halberstädter Papageien Show hinter dem Kalender Tor Nummer 19. In diesem Sinne, ich habe genug erzählt. Viel Spaß. Gute Unterhaltung. Herr Kapellmeister, die Musik bitte. Wir haben ein unsichtbares Orchester mit. Moment, mal sehen, ob es... Hallo, ist noch nicht dran. Hallo. So, bitteschön. Hallo. Komm mal schön fest. Nicht zu dicht, bitte. So, schön raus. Und wir begrüßen ihn mal richtig schön. Super, jawohl. Hallo. Bravo. 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 Ja, 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 ja. So, ja. Wunderbar. Oh, ja, ja. Oh, ja. Bravo. Bitteschön, auf dein Platz geht. Rüber geht's. Komm mal, mein Schöner. Ja. Ach, die tauben oder was. Ja, ja. Mein kleiner Apollo. Ja, ja. Bitteschön, du gehörst da hin. Und jetzt hat er ein paar Mal die Plätze verwechselt. Komm schön, auf geht's. Und nun uns hier hinten. Bitteschön, herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Aber wisst ihr was, ich hab noch zwei Gäste mit. Soll ich die auch holen? Ja. Hab ich nicht gehört. Soll ich die holen? Ja. Also, nicht verstecken hier hinten. Ja, war Tiger. Ja, war richtig. Dönerauslangeskrieg. Ja, 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 ja. Soll ich die息子. Oh, ja, ja. Hey. What abey. Bravo, ja, ja. Hey, ja. Schöner. encounters Lord. Perfekt. Ah, ja, das minus. Muscat auf jeden Fall. Gut aush меня. Hey, ja. Das ist gut toll. Laura, kommt mal in. Das ist gut toll. Ja, ich hab noch einen! Super! Jo! Komm mal an den Arm bei dem! Perfekt! Braucht keiner Angst haben! Herrlich geht das! Komm her mein Bester! Hier finden wir uns schönen Platz im Nest! Super sieht das aus! Bravo! Ja! Ja! er hat ich bin er hat mich jetzt mal weggebeugt ok perfekt gemacht bravo für alle hallo und los geht's hallo Apollo wir fangen mal an komm schön Platz annehmen Sportunterricht ja herrlich weil es so gut war machen wir es normal jetzt hat er einen guten Applaus verdient perfekt schön Apollo genießt die Aussicht Dankeschön Apollo fröhliche Luft in der ersten Reihe herrlich und Apollo zurück an deinem Platz schnell komm schön bravo bravo halt die große Sahne da hinten komm mal schön halt bei dir hey schön langsam 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 oh ja super herrlich nicht erschrecken ja herrlich komm mal hier machen wir auch mal so schön die Kuh in Ordnung herrlich herrlich super herrlich 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 schön nach vorne gucken da ist euer Publikum wenn das jetzt schön klappt gibt es einen Donner den Applaus herrlich 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 oh wunderschön und der letzte ja Moment 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 herrlich bravo aber die München hol ich mir alle wieder Laura ha 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 herrlich 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 завt ja jetzt haben wir eine umleitung hier Im Tunnel wird's gebaut! Hoho! Komm mal von der Stelle rausgehen! Oh, du kommst gleich mit! Oh, in Beilung, Beilung! Zack, 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 zack! Geil! Ne, bist du rüber! Komm mal auf! Hopp! Komm schön! Komm schön! Hier oben rauf mit! Komm mal schön mit rauf hier! Hallo! Hey, ja, wursche! Hey, du hast geschummelt, du Sträuch! So war das aber nicht gedacht! Moment, einen hab ich noch! Pass auf, meine Gute! Jetzt gehen wir hier schön durch! Und hier oben rauf, okay? Hallo, wir wollen nicht einkaufen gehen! Jetzt wollen wir erst mal arbeiten! Bitte schön! Und schnell durch! Hopp, 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 hopp! Komm schön hier auf! Komm mal auf hier! Hopp, hopp, hopp! Hallo! Also es scheint ja doch nicht zu klappen hier! Einen Applaus geben wir zurück! Hallo! Schnell wieder zurück nach Hause! Bitte schön! Komm her, mein Spreiz! Komm! Rudi! Rudi, bitte schön! Auf geht's! Langsam, 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 langsam! Dann gibt's noch keinen Feierabend vorher! Perfekt gemacht! Na komm rüber! Und auf geht's! Hallo! Dankeschön! Ja! Herrlich! So! Vorsicht! Dann wird erst geübt hier! Vorsicht! Oh ja! Oh ja ja! Komm her, du musst mir mal helfen! Du siehst so sportlich aus! Du kannst das bestimmt besser, stimmt? Eine Hand runter! So! Perfekt! Eine Hand dran! Und einfach halt! Moment! 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 Atenzione! Hallo! Da vorne haben wir geschmeckt und nimmt mich alle mit! Hallo! Hallo! Wolle aufsteigen! Du kennst das mein Lieber! Ruhe auf mit der Zuhu! Atenzione! Ferfekt! Jetzt machen wir's beide zusammen! Wechsel! Ho je! Heja! Heja! Alter! Und perfekt! Nicht auf mir! Dann auf meine! Ja! Denke, das war gar nicht mal so schlecht! Bravo, meine Liebe! Perfekt! Hier war's rein! Ja, herrlich! Hei, Heiner ist nicht keiner! Und? So! So! Komm, zeig ihm mal schön! Hau mal auf! Und hier! Und wunderbar! Hallo! Ja, perfekt! Sehr schön! Ja! Aus geht's schon! Herrlich! Toll! Euer Applaus! Wunderschön! Komm, Rudi! Rudi auf! Bravo! Ja, so schön! Herrlich! Alle beide! Wunderbar! Und wir können zurück am Platz! Das war klasse! Wunderbar! 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 Es wird Nachtmarie! Joho! Kinder, wisst ihr was? Jetzt muss ich euch erst mal was erzählen! Ich hab' ja schon gesagt, wie schwer der Weg bis hier her war! Dreimal haben wir uns verfahren! Viermal verflogen! So sind wir aber doch da! Aber wisst ihr was? Die Laura dort hinten, der rote Papagei! Der kommt nachher noch mal ganz nah zu euch! Dann seht ihr die Farben so richtig schön! Die Laura hat sich beklagt bei mir und hat gesagt, Michael! Weißt du was? Ich konnte heute kein Mittagsschläfchen halten! Na dann machen wir da kein Problem! Wir sind auf einem herrlichen Hof zu Gast! Und da steht ein Bett parat! Wir sagen einfach mal, gute Nacht, Marie! Hallo, Laura! Du darfst ins Bett! Komm mal, die gute! Aber langsam, 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 langsam! Hey, das Bett ist schon aufgeschüttelt! Moment! Zudecken hier! Züßt auf dem Hof! So, ein schön Nachteil bei euch! So! Gute Nacht, Marie! Perfekt! Schön, wir machen Pause! Oder sollen wir weitermachen? Weitere! Wie bitte? Weitere! Laura, wir sollen weitermachen! Aufstehen! Helft mal mit Laura! 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 Na aufstehen! 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 Nochmal zusammen! Laura! Aufstehen! Laura! Aufstehen! Hallo! Aufstehen, Laura! Aufstehen! Aufstehen, Laura! Aufstehen, Laura! Ich vermischt mal was, die Laura ist nicht kitzelig geworden! Hallo! Hey! Und es hat funktioniert! Laura, deinen Applaus! Dankeschön! Herr, die Gruppe stehen bleiben! Hup! 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 Hallo! 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 Lilli, du bist dran! Lilli! Hallo! Lilli, du bist dran! Oh, das ist ja hoffen! Ja! Guck mal, da oben schaltet der Mond und guckt zu! Hup! Trotzdem müssen wir was tun! Komm, mein Spatz! Bitteschön! Festhalten! Und Schmunk holen mit einer Kralle! Oh! Nicht! Jawohl! Wunderbar! Hallo! Schön! Ja! Herrlich! Eine Kralle zu mir! Lilli! Eine Kralle zu mir! Und Schmunk! Ja! Herrlich! Wunderbar! Großartig! Dein Applaus, Laura! Ihr seid super drauf, alle! Jetzt gibt's eine Belohnung! Schnäbelchen auf! Herrlich! Noch jemand? Komm her! Schnabel auf! Gott sei Dank hab ich noch mehr mit! Lilli! Du wirst auch gleich was! Moment! Ihr habt alle nichts bekommen heute hier! Oh! Warte! Er schnappt! Fehlt da schon ein Zahn? Nein! Alle noch da! Komm meine Gute! Jetzt bist du auch dran! Hallo! Bitteschön! Und guten Appetit! Ja! Perfekt! Eins hab ich noch! Moment! Komm her mein Kleiner! Da wächst du noch ein Stück! Und die Zahnlücke geht oben dazu! Du warst schon zweimal bei mir heute! Merke ich! So! Lilli! Absteigen! Eine Kralle zu mir zurück! Perfekt! Uh! Ha! Ha! Ja! Und schön zurück an den Stein! Hoho! 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 So jetzt brauch ich mal jemanden hier aus dem Publikum! Hoho! Wo ist denn die Dame des Hauses? Ist die noch da? Ne! Kommen Sie mal nach vorne! Schön jetzt herrlich! Jetzt präsentieren Sie sich mal so richtig schön! Wie im Spanienurlaub! Schön die Arme sportlich auseinander! Freundlich lächeln dabei! Ja dann müssen wir jetzt durchhalten! So schön! Ne! Doch! Ne! Oh Matthias, es führt sich schon! Moment! Schön still halten! Anmachen! Okay! Schön! Moment! Attention! Oh oh! Jetzt machen Sie mal! Gut! Ah! Da sehe ich gerade noch was! Moment! Moment! Schlecht gekämmt heute! Was? Oh! Schön! Warte mal! Oh! Wie war das schon besser jetzt! Und der Mann, erkennt ihr sie wieder? Ja! Herrlich! Und bitte Platz nehmen! Ja! Herrlich! Der Spanienurlaub ist gestrichen nächstes Jahr! Wunderbar! Ihr Applaus für Ihre Gastfreundschaft! Am 19. Dezember, 19. Kalendertürchen ist geöffnet! Dankeschön! Noch mal einen kräftigen Applaus! Superher! Danke! Wunderbar! Wunderbar! So meine Lieben! Ich denke, meine Tiere waren die ganz gut? Ja! Alles schön gemacht, oder? Ja! Ich höre hier drüben schlecht! Ja! Aber wisst ihr, was wir noch machen müssen? Ich muss euch meine Papagei noch vorstellen! Habe ich noch gar nicht gemacht, oder? Oder habe ich das schon? Nein! Nein! Wer bist du? Vergessen! Super! Wunderbar! Wir schwenken ganz schnell wieder um zu meinem Papagei! Dreimal die gleichen! Dreimal in Weiß! Gelbe Haube! Und sie kommen aus dem fernen Australien! Gelbhauben-Kakadus! Apollo! 29 Jahre alt! Hältst du deinen großen Schnabel? Das Wort jetzt noch nicht erzählen! Mach das nachher im Auto! Rudi! 16 Jahre alt! Und Nachwuchstalent Lilly! Alle drei werden trainiert von meinem Bruder, der drei Jahre jünger ist als ich! Da fragen die meisten immer! Damit erzähle ich es lieber vorher! Von meinem Bruder Matthias! Teilt euch den Applaus alle vier! Dankeschön! Applaus So, wir haben oben dabei! Keb Blau Gefärm! Keb Rust-Ara oder auch Ara-Rauna aus Südamerika! Acht Jahre! Quasi gerade in der ersten oder zweiten Schulklasse! Da kann also noch ganz viel lernen! Applaus! Keb an Amadeus! Amadeus! Jetzt bist du nochmal! Guck mal mit nach vorne! Das ist der Älteste im Ensemble! 30 Jahre alt! Wow! Ist das viel! Ja! Was meint er? Ich habe 34 Jahre. Ja, ich habe einen mit 31. Ja, nein. Ich habe einen mit 31. Du hast einen mit 31. Oh, den engagiere ich noch weg. 30 Jahre ist noch gar nicht viel. Papageien wären 60, 70, 80 bei guter Pflege. Und wenn keine Krankheiten dazwischen kommen, wären die sogar 85 Jahre alt. Also kommt Laura bestimmt noch öfter in eure tolle Stadt nach Quedlin. Dommernden Applaus für den dunkelroten Ara Laura. Herrlich. Das war im Grunde genommen alles, was machbar war auf eurem tollen Hof. Die lustige Halberstätte Papageien Show Saison 2015. Dankeschön für den freundlichen Applaus. Und wisst ihr, was noch viel, viel schöner war, dass wir in so viel fröhliche Gesichter schauen konnten. Das war toll gewesen. Die Erwachsenen müssen sich noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ein bisschen mehr Lachen. Jetzt klappt es schon. Herr Herrlich. Jawohl, das Licht leuchtet schön. Da sieht man das dann nämlich. Dankeschön Ihnen allen. Eine schöne Weihnachtszeit. Und nicht vergessen, morgen das 20. Türchen öffnen. Guten Rutsch. Vielen Dank fürs Kommen. Und ich besuche jetzt, oder wir machen jetzt nochmal das Bad in der Menge. Laura, könnt ihr nochmal so richtig schön auf die Hand nehmen. Oder hier rein ins Vogelnest. Denn merkt man mal, wie viel sind anderthalb Kilogramm Papagei. Und anderthalb Kilogramm Papagei sind 15 Tafeln Schokolade übereinander genäht. Herrlich. Ich kann mich da aufhören. Ich kann auch nicht gehen, oder? Schau mal, mal. Das ist Laura. Komm her, guck mal da lang. Na, lau. Oh, verleg die Bütze. Liste, so schweig ich da. Komm her, mal da was. Oh, jetzt schüttert Oma und Enkelin. Alle Beine schüttern um die Wette. Nein, das ist alles Foto. Herrliches Foto, ja. Schön, ihr seid alle mutig. Herrlich. Das Lachen, perfekt. Macht mal ein schönes Bild hier auf jemanden. sehr sehr schön wunderbar werden noch